Test, 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 Test. Hallo, ist da jemand? Also, ich gehe jetzt wieder online auf Twitch. Ihr wisst ja, Kart86, wundert euch nicht, warum ich das Video immer mache und das ist kein Re-Upload, auch wenn es natürlich jedes Mal das gleiche ist. Und was soll ich denn sagen? Soll ich einen Handstand machen? Also, in dem Sinne, wie gesagt, gleich auf Twitch unterwegs, beziehungsweise wenn das Video online ist, dann könnt ihr ja quasi schon auf Twitch gehen. Es geht natürlich weiter am Mario Kart. Wer dabei sein will, einfach reinkommen und in dem Sinne, haut rein!